Vor 30 Jahren, stellt euch mal vor, da konnte ein Familienvater mit einem ganz normalen Job sich eine Frau leisten, eine Wohnung oder ein Haus, ein, zwei, drei Kinder, ein, zwei Urlaube im Jahr und es ging ganz normal. Also der Lohn und die Kaufkraft des Geldes hat es ermöglicht, dass man mit einem normalen Job als Mann eine Frau, eine Wohnung oder ein Haus, ein bis drei Kinder finanzieren konnte, ohne dass die Frau zum Arbeiten gehen musste und ohne dass man einen weiteren Nebenjob gebraucht hat. Und heutzutage ist Folgendes passiert, in den letzten 30 Jahren ist der Reallohn stagniert, also das heißt der Reallohn ist nicht gestiegen, aber die Preise auch mit der Umstellung von D-Mark auf Euro, mit der Inflation, die Preise haben sich im Endeffekt verdoppelt. Das heißt also, um den gleichen Lebensstandard heute zu leben, wie vor 30 Jahren, beide müssen arbeiten. Also entweder man arbeitet selber zwei Jobs oder beide müssen arbeiten. Und deswegen, weil natürlich oftmals nicht beide arbeiten, die Familienstruktur nicht richtig passt, man kein Nebeneinkommen hat, rutschen die meisten Leute in die Armut ab. Aber alle die, die es richtig machen, die zu zweit sind, die arbeiten, die sich auch Vermögenswerte kaufen, die sich nebenbei was aufbauen, die rutschen aber auch leichter nach oben und werden reich. Wenn du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, du bist wirklich motiviert, du möchtest ein super Geschäftsmodell, weißt aber aktuell nicht, was du machen solltest oder was gerade aktuell im Markt super ist, dann haben wir folgendes und zwar, wir haben kommenden Sonntag, also in zwei Tagen, eine Online-Präsentation zum Thema Geschäftsmodellaufbau von Null mit unseren Schablonen. Erster Kunde, erste Dienstleistung, erste 10.000 Euro Umsatz bis zu den ersten 100.000 Euro Umsatz, bis zur Firmenbewertung von siebenstellig, dem ersten Investor, bis auch Automation der Firma, bis dann hin, und das ist eben alles wirklich ohne Vorkenntnisse, bis dann hin zu dem Thema, dass du lernst, wie man Firmenanteile bekommt, ohne selber Geld einzusetzen, sondern gegen Dienstleistung, also Work bzw. Consulting for Equity, dann diese Firmen skalieren und dann wie im M&A-Geschäft über ein Holding-Konstrukt Firmenanteile verkaufen, ohne Steuern zu zahlen bzw. nur mit 1,5% Steuer. Also schaut euch das wirklich an, das ist der allererste Link in der Beschreibung und wenn ihr das jetzt verpasst, diesen Sonntag um 21 Uhr, dann klickt da trotzdem drauf, nämlich dann könnt ihr euch im Nachhinein eine Wiederholung anschauen zu dieser Geschäftspräsentation, zu diesem Online-Seminar und dann könnt ihr mit unserem Team sprechen und wir haben schon über 100 Partner, die zwischen 10, 20, 50, 100.000 Euro Monatsumsatz aufwärts machen und dann könnt vielleicht ihr einer unserer neuer Partner sein und das werden wir dann am Telefon besprechen.